Wird Microsoft wirklich bald Steam kaufen? Diese spannende Nachricht soll euch dazu verleiten, dieses Video zu schauen. Mit 16 Milliarden soll sich Microsoft wohl darauf vorbereiten, Steam zu übernehmen. Das wird ein Meistercoup, denn Steam verdient irgendwie viel zu viel Geld, als dass man das mit 16 Milliarden kaufen könnte. Naja, aber trotzdem ist die Nachricht ja da und sie ist ja, wie ihr sehen könnt, nicht in irgendeiner Form dementiert. Das ist anscheinend eine wahre Nachricht. Und bevor jetzt die meisten hier ihre Kommentare schon raushauen, was bist du für ein Idiot, du Lügner, Fake News und so weiter. Natürlich sind es Fake News und genau darauf will ich eingehen. Denn auch wenn ich mich selber so ein bisschen in die Bedulde bringe, weil mir werden ganz sicher tausende Fehler unterlaufen, weil ich irgendein Ort für Normalverbraucher bin und keine journalistische Ausbildung habe. Aber trotzdem ist es sehr spannend, was so ein kleiner Tweet denn alles auslösen kann und wie verschiedenste Blätter darüber berichten können. Auch YouTuber, News-Panäle und sonst irgendwas. Ja, und das schauen wir uns einfach mal an. Bevor ich einsteige, nur ganz kurz der Disclaimer. Ich bin natürlich irgendein kleiner YouTuber, mache irgendwie Zeug, versuche gerade mal ein Thumbtail drauf zu klatschen und versuche natürlich auch mit gewissem Clickbait irgendwie meine Reichweite zu erhöhen. Das ist ja ganz klar. Ich will trotzdem mit diesem Video so ein bisschen darauf hinweisen, worauf man halt aufpassen sollte und dass wir eben nicht jeden Tweet ohne irgendwelchen Quellenangaben hinterherlaufen. Und wenn wir schon davon reden, hier ist dieser Tweet. Der Streamer Dior hat eben diesen Tweet hier rausgehauen, den ich ja recht spannend finde, denn er sagt einfach oben, Microsoft würde sich darauf vorbereiten, 16 Milliarden Wealth zu kaufen. Was ja eben hauptsächlich aus 7 Einnahmen besteht, ein paar Milliarden, in Anführungszeichen ein paar Milliarden, kommen noch hinzu. Und er sagt eben, no stock or cash, also nicht mit Aktien oder sonst irgendwas gekauft, sondern eben komplett Cash hingelegt. Und das ist seine Aussage. Und diese Aussage hat verdammt viel Reichweite generiert, nämlich 5,9 Millionen Aufrufe. Was schon recht beeindruckend ist, wenn wir jetzt mal überlegen, dass Dior selber, ihr seht, 16.000 Follower hat, was natürlich unglaublich ist, dass er eben dadurch eine so riesige Reichweite bekommen hat, weil es sich aber eben auch um eine unglaubliche Nachricht handelt. Und die Reaktion in den Kommentaren ist natürlich schon sehr ernst. Man glaubt ihm tatsächlich, dass er eben diese Information irgendwoher hat. Das sagen aber natürlich auch die ersten oder viele auch schon, wie man jetzt einfach mal an dieser Stichprobe sehen kann, das ist ein schlechtes Angebot. Das kann ja eigentlich sein. Die machen doch sehr viel Geld. Und dass eben Gaben, der Leiter eben von Valve, das auch nicht machen würde. Und er dementiert das teilweise sogar noch, weil er nicht mehr wirklich viel Besitz davon hat. Oder es gibt natürlich auch solche intelligenten Menschen, die sagen einfach, ja, wo ist denn die Quelle? Und ja, diese Quelle gibt es halt tatsächlich nicht. Viele sind natürlich auch sehr skeptisch, aber man diskutiert halt tatsächlich sehr intensiv darüber. Wenn ihr einfach mal schaut, dass wir 1.100 Kommentare dazu haben, das ist schon sehr beeindruckend. Und eben 3.000 Reposts. Das heißt, wir haben hier eine durchaus große Reichweite. Ich meine, das könnte natürlich immer noch viel mehr sein. Man hat wahrscheinlich relativ schnell erkannt, dass es eben nicht wirklich ist, also nicht eine Tatsache entspricht. Aber es ist halt trotzdem noch immer eine große Reichweite, die hier generiert worden ist und die halt auch zum Aufsehen geführt hat. Und damit kommen wir halt wieder zurück zu dem Artikel von PC Games. Denn der ist mir tatsächlich, und deswegen mache ich das Video hier, einfach aufs Handy in den Feed gekommen. Ich bin einfach mal da lang gescrollt und auf einmal sehe ich, hey, Microsoft will Steam kaufen. Und ich denke natürlich, was, das kann doch gar nicht sein. Die haben doch gerade diese Firmen mitlassen. Wie soll das möglich sein? Meinen das ernst? Blizzard ist ja schon, also Activision schon unter denen. Das kann doch gar nicht sein. Dann habe ich halt natürlich draufgeklickt. Das heißt, der Clickbait ist tatsächlich sehr gut angekommen, auch bei mir. Und habe dann gesehen, hä, 16 Milliarden, das ist doch unmöglich. Ich konnte schon in den Kommentaren, das sind ein paar, tatsächlich lesen. Ja, nee, Junge, das ist doch völliger Quatsch. Und hier steht auch nochmal ganz klar, wäre es nicht langsam mal Zeit, die faktisch falsche Überschrift zu ändern? Denn es handelt sich halt um eine Falschnachricht, beziehungsweise, ja, man kann es ja als Gerücht nennen, wenn man jetzt sagen, sich noch distanzieren will, ob es wirklich falsch ist. Aber es ist offensichtlich keine Nachricht, die tatsächlich in irgendeiner Weise bestätigt wurde oder sogar mit Quellen belegt worden ist. Einige Magazine berichten natürlich darüber, dass das hier völliger Quatsch ist. Zum Beispiel Computerbase sagt, ja, will Microsoft Valve kaufen? Nein, mit Sicherheit nicht. Oder will, kann das überhaupt, muss man sagen. Und wir haben halt einfach schon nur einen Tweet, wie wir eben vorgestellt haben, das kann nicht sein. Und eben, was ich auch schon meinte, 16 Milliarden ist lächerlich. Wir haben Blizzard gekauft für 68,7 Milliarden. Und Valfs Umsatz ist bei 13 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt, ungefähr natürlich. Und bei Blizzard war es 7,5 Milliarden. Das heißt natürlich, dass Steam und Valve damit viel größerer Fisch sind, als eben auch sowas wie Blizzard. Das heißt, 16 Milliarden wäre eine lächerliche Summe. Und Sie sehen es halt einfach, dass es momentan auch nicht möglich ist, eben wegen auch solche Sachen wie Kartellämter, das heißt eben Monopolstellung innerhalb der Spieleorganisation. Bei Microsoft würde dann wirklich einen riesigen Player aufkaufen, noch größer als Blizzard. Und da haben die schon, glaube ich, ziemlich geschluckt, weil eben Monopolstellung bedeutet, Microsoft könnte die gesamte Gaming-Industrie kontrollieren, wie sie will. Und dafür sind ja die Kartellämter da, um sowas zu begrenzen. Ob das immer so gut klappt? Naja, wollen wir nicht zu viel über Real Life reden. Aber das ist auf jeden Fall so. Und sie haben halt diesen Kaufbrauch schon gehabt, konsolidieren ja auch noch die ganzen Sachen, eben wegen dieser Firmen, die auch jetzt geschlossen wurden, umverteilt wurden und so weiter. Und deswegen wird es einfach nicht sein. Ja und ich sage ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal zu meinen kommen, ich bin ein bisschen angefressen, dann muss ich erst mal ganz einfach raushauen, weil ich halt meine Lebenszeit daran verschwendet habe, gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Deswegen bin ich auf diese Kommentare gekommen und dazu fordere ich euch erstmal auch immer auf, schaut in die Kommentare, schaut euch an, auch weil ich natürlich quatsche, wurde ja eh immer kritisiert, weil ich ja kleiner YouTuber bin. Das ist ganz klar, aber auch was die großen Magazinen, die großen YouTuber, die großen Kanäle sagen, schaut euch immer an, ist das denn auch wirklich wahr? Das ist natürlich sowieso die Moral-Message, die ich mir mitgegeben kann. Jetzt macht mich aber das Ganze deswegen sauer, weil diese Tweets, oder nicht Tweets, sondern diese Feed-Artikel, aber auch die Tweets, halt eh immer so reißerisch sind. Mir geht das so auf die Nerven, dass ich ja bei wirklich 90% nicht draufklicke und ich ärgere mich nämlich selber, dass ich diesmal reingefallen bin und ich habe draufgeklickt. Ich habe dem Klick mit nachgegeben. Dabei steht ja immer sowas wie, das ist jetzt aber, das müsst ihr aber jetzt machen, das ist aber jetzt sehr wichtig. Oder hey, diese drei Dinge, die passieren jetzt wirklich und das ist ganz, ganz schlimm. Da musst du drauf achten. Und diese Sachen sind halt einfach schrecklich, denn sie sind natürlich Clickbait. Ja, das machen wir auch, mache ich ja auch. Ich versuche es zumindest irgendwo mit meiner lächerlichen Fähigkeit. Aber es ist ja natürlich eine andere Hausnummer, wenn es eben wirklich eine große Menge an Menschen erreicht. Und das ist bei PC Games nun mal einfach so, dass sie eben eine große Menge erreichen. Und sie schreiben ja im Titel nicht, dass es vielleicht irgendwo ein Gerücht ist. Also sie schreiben nicht, Microsoft will vielleicht Steam kaufen, ein Gerücht kommt auf X vor. Oder es gibt wahrscheinlich haltlose Gerüchte, dass Microsoft Steam kaufen will. Sondern sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Microsoft will Steam kaufen. Großes Horrorszenario für die Gaming-Branche warnt sich an. Also so richtig aufgebauscht, wie man es halt bei einstelligen Zeitungen auch kennt. Also extrem hochgestochen. Und das ist halt basierend auf einem Tweet. Und ja, ich will jetzt hier PC Games irgendwie total haten oder sowas, aber es ist halt schon krass, dass sie halt einfach da nichts gemacht haben. Jetzt zum Beispiel hier bei GameStar, wo sie ganz klar gesagt haben, keine Panik, Microsoft kauf warf nicht, egal was ihr gerade im Internet lest. Also dass es auch direkt dementiert wird und auch recherchiert wird, ob sich das eben bewahrheitet oder nicht. Und dass sowas dann in Feed ankommt und da auch offensichtlich gar keine Kontrollinstanz vorhanden ist, sowohl bei PC Games oder auch eben bei diesem Feed, ja gut, ist natürlich vielleicht auch viel verlangt, aber ist halt schon merkwürdig. Und ich, wie gesagt, will jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass sie da kompletten Schwachsinn immer quatschen. Aber es ist natürlich sehr bemerkenswert, dass sie eben solche Dinge nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass es vielleicht nicht wahr, der Wahrheit entspricht. Dementsprechend wird so ein Magazin natürlich auch bewertet und das eben auch von Leuten, die sich halt ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigen. Und ihr seht es hier bei diesem einen User, der ganz klar sagt, und das ist schon ein echt harter Tobak, was er ja ausdrückt, haltet ihr euch bei solchen Artikeln für ein seriöses Magazin? Habt ihr keine journalistischen Werte? Habt ihr überhaupt irgendwelche Werte, die ihr nach außen hin vertretet? Hast schon hart oder hier drunter direkt, wieso verbreitet ihr Falschbildungen? Was soll der Unsinn? Das ist peinlich oder ist das peinlich? Es ist halt tatsächlich schon interessant, dass es eben, ja, diese Resonanz gibt. Das sind jetzt ein paar Kommentare, das ist mir klar. Aber ich meine, ich denke das genauso. Das muss ich ganz offen sagen. Ist das wirklich diese Qualität, die ich haben will und dass ich nach drei Tagen, die ja jetzt vergangen sind, noch immer nicht gesagt habe, hey, sorry, Update, das ist Fake News, das ist falsch. Es gibt zwar einen weiteren Artikel, der jetzt sagt, Microsoft kauft Steam, jetzt werden die Karten neu gemischt. Erstmal wieder so eine Überschrift. Das ist wirklich los. Und da gehen sie jetzt auf die Sachen ein, die ich euch eben vorgestellt habe und sagen halt irgendwie, ja, ist vielleicht doch nicht so. Aber wenn ihr schon wieder diesen Titel seht, das ist halt keine Rechtfertigung. Das ist keine, kein Sorry oder hm, da haben wir wohl falsch Quellen genommen. Das heißt natürlich, diese Quellen sind doch immer nicht einfach als, nee, Fake News oder sonst was getitelt worden, so wie es sein sollte. Das heißt, der Artikel, den wir eben gesehen haben, hier bleibt noch immer genauso bestehen. Und dieser neue Artikel, er sagt ja auch nicht, oh, das ist ja doch nicht so. Jetzt steht er bei Microsoft kauft Steam, Fragezeichen, schon wieder. Das heißt, wenn ich den Feed sehen würde, wäre die gleiche Geschichte wieder da. Und da ist keine, in meinen Augen, Entschuldigung drin, wenn ich dann das einfach nochmal, ja, ein bisschen, ja, sag ich mal, weniger krass ausdrücke, aber im Titel trotzdem wieder mit dieser Frage aufwerfe, um eben wieder diesen Clickbait zu haben. Das heißt, man hat sich halt hier tatsächlich dieser dunklen Energie hingegeben. Man sollte eben gerade als Journalist darauf achten, dass man nicht der Gier nach dem Clickbait nachgibt. Wenn ich das als Journalist tue, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Abonnenten habe oder sonst irgendetwas. Und das gilt jetzt nicht nur für PC Games, sondern eher allgemein gesagt. Denn sowas darf halt einfach nicht passieren, wenn man so eine Berichterstattung hat. Ich kann aber trotzdem diese Verlockung verstehen. Diese dunkle Energie ist ja da. Ich meine, dieser Dior oder Dior oder so, der hat wahrscheinlich auch Reichweite dadurch generiert. Und da denkt sich auch, ja, habe ich halt einfach so mal gesagt. Und es hat ja auch sehr gut geklappt. Wir kennen das ja mittlerweile. Es ist halt auch wieder so ein bisschen dieses, ich mache so eine Nachricht und kriege dadurch natürlich super Reichweite, wo ich genau weiß, diese Nachricht ist kompletter Quatsch. Es könnte, ja, Ragebaiting ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist halt tatsächlich eben wieder dieses Reichweite generieren, um eben mehr Aufmerksamkeit für sich zu bekommen. Und das hat hier eben auch so ein Magazin versucht. Bei so einem Streamer ist das aber was anderes. Da ist halt irgendein, ja, ein Kerl. Und dieses Magazin ist halt eigentlich ein etabliertes Magazin, das seine Quellen besser untersuchen sollte. Tja, was ist die Moral von der Geschichte? Ich reg mich auf, weil ich halt tatsächlich fast auf diese Nachricht reingefallen wäre und euch vielleicht das präsentiert hätte. Und dann hätte ich mit der Schlinge natürlich auch irgendwo reingesteckt. Und das wäre ich auch selber schuld gewesen, ganz ehrlich, weil ich dann nicht richtig recherchiert hätte, nicht richtig geguckt habe. Und das sollte immer passieren. Es sollte aber auch gerade bei bezahlten Personen natürlich passieren. Das geht einfach nicht anders. Und es sollte auch eben für mich ein Hinweis sein, vertrauen nicht jedem Feed, den du siehst, vertrauen auch vielleicht nicht jedem YouTube-Kanal, den du folgst. Und natürlich Twitter sowieso gar nicht. Tom Warren hier von The Verge hat ja eine ganz klare Aussage dazu. Er glaubt halt selber nicht, dass man es überhaupt sagen muss, dass natürlich Microsoft nicht für 16 Milliarden Valve auf einmal kaufen würde. Und Penn es halt als ein schlechtes Zeichen oder generell eine schlechte Idee jedem einen Blutick, also hier dieses Hackchen bei Twitter, ich kenne mich ja kaum damit aus, aber halt zu geben. Und das ist halt so ein bisschen aus dem Seitenhieb dann eben an diese Geschichte. Am Ende des Videos frage ich mich wirklich, warum habe ich es eigentlich gemacht? Ja, wahrscheinlich eben, um auf diese Zustände hinzuweisen, auf dieses ständige Clickbaiten, wobei ich mich ja irgendwie, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, selber damit in die Bredouille bringe, weil ich versuche es ja auch, damit ich halt Reichweite kriege, um vielleicht diesem Traum irgendwie zu folgen, dann doch mal mit solchen Videos halt ein bisschen Geld zu verdienen oder vielleicht ein bisschen Reichweite zu haben. Aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Anspruch da, dass ich klar mich diesem System von YouTube hingebe, aber es halt nicht übertreiben will. Naja, ihr könnt eben einfach sagen, was ihr so meint, was ihr davon denkt und wie ihr dazu steht. Keine Ahnung, ob das überhaupt Leute erreicht. Ich wollte es auf jeden Fall mal loswerden, weil ich mich da wirklich ein bisschen drüber geärgert habe. Ansonsten können wir nur noch ein Meme zusammenbauen und zwar nicht sicher. Ich weiß, nicht einfach Ich möchte es